Hallo Leute und Willkommen zurück bei Team Buddies. Jetzt sind wir bei Inflammable Candyboards. Das dritte Level von der Jungle Welt. Welt? Nicht World, Welt. Naja, wie auch immer. Das ist meine absolute Hassmission. So, super Cyborg. Was war das denn? Also Partner bringen hier, wenn nicht wirklich viel. Ach, du bist doch doof. So, verdammt hätte ich den mal R gekillt. Genau, mein Partner, ey. So, Orange ist schon mal weg. Ja, der Baut erst mal schön. Nice. Gab auch schon weg, oder was? Oh, oh. Verdammt. Nein, Gelb ist auch noch da. Das ist natürlich scheiße. Ah, schöne viele blaue Kisten. Gefällt mir. Steht. Ready to run. Ready. Wer greift denn meine Basis an? Holy shit Oh, Abdullöwe Ach Partner, warum gehst du wieder da herein? Na komm, geh kaputt Nice Ja, wie gesagt, das sind die einzigen Granaten, die ich mag Und hier clean ich erstmal alles Scheiß Löwe Nice Jetzt wäre ein bisschen Muni gut Entschuldigung Hm Wie geh ich das jetzt an? Hm Partner, was macht ihr da? Steh'n da nur dumm rum Ah Ah Ihr dummen Löwen So Die sind schon mal hin Löwen Dich 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 So geht's auch Hier greift mal an Oh fuck Shit ey, alle fast tot So viele Kisten, warum nimmt die keine? Man, oh man Die Löwen sind aber auch nervig So 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 So, alle 6 folgen bitte. Zum Glück greift das nicht, meine Partner. Und, 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 und. Jawoll. Ach, endlich. Ja, Leute, wie es weitergeht sehen wir aber erst beim nächsten Video, würde ich sagen. Also bis dann und ciao. Ciao. Ciao.